einen wunderschönen guten morgen an diesem 11. dezember wir gehen es heute ganz entspannt ganz relaxed an und wir sprechen über eine silikonhülle und zwar von der firma decoded die hatte ich schon im letzten jahr mit einer anderen farbe aber diesem case im video diesmal ist es ein hell violett geworden ein lavender wenn man das so ausdrücken mag und decoded ist bekannt dadurch dass sie so ein metallrand ein kameraschutzring um die kamera aussparung vom iphone bauen und wie soll ich sagen das passt in diesem jahr ganz gut weil das iphone 14 pro ja durchaus wie soll ich das nennen eine ja durchaus große kamera mitbringt die sind durchaus prominent in diesem jahr und wer so ein bisschen eine aversion hat sein iphone so auf eine tischplatte zu legen weil immer der kamera oder die kameras auf der tischplatte aufliegen dadurch der kann das mit diesem case ausgleichen das case nimmt diesem die nimmt diesen kameras ihre höhe und dann liegt ein metallring auf der tischplatte auf und nicht eure kameras das lustige ist es hat auch eine kleine lippe vorne das heißt wer es auch gerne andersrum auf den tisch legt weil man beispielsweise das always on display verstecken möchte weil man es ausschalten möchte weil man nicht gestört werden möchte was eine gute eigenschaft einfach ist der kann das auch mit diesem case tun weil es halt die besagte lippe hat diese lippe findet sich auch um den lightning anschluss auf der unterseite das ist das muss man mögen das haben die apple cases auch es gibt auch leute die das gerne frei hätten da unten weil die wischgeste ja durchaus häufig verwendet wird ich finde diese lippe überhaupt kein problem ich mag die sogar nette farbe und wenn man die mal vergleicht das ist das hellviolett gegen das deep purple von apple die passen recht gut zusammen apple ist ja so ein bisschen dezent was die farben der pro modelle angeht und mit diesem case drückt man den iphone so ein bisschen ja sie sind mutiger sind einfach farblich mutiger und ich mag das durchaus ich bin ja normalerweise ein mensch der ohne case durch die gegend rennt aber wenn man so ein bisschen farbe in seinem leben mag und das kommt so nach so ein paar monaten der hüllenlosen nutzung da mag ich das mal die farbe zu wechseln und da man das iphone gehäuse nicht einfach tauschen kann ist so ein case eine sehr schöne option einfach mal für eine gewisse zeit seinem iphone mehr farbe aufzudrücken das ist die hülle von decoded ein silicon case was sehr griffig ist vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns morgen wenn ihr möchtet an dieser stelle wieder